Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir einen Laptop. Wir brauchen eine DIN A3 und DIN A4 Mappe und transparente Tischsets. Das Innenleben der DIN A3 Mappe schneiden wir zunächst erstmal raus. Dann kleben wir auf beide Seiten Pappen drauf. Jetzt schneiden wir einen Rahmen aus der DIN A3 Mappe und kleben ihn auf die obere Hälfte der Mappe. Die obere Hälfte der Mappe haben wir zuvor schwarz bemalt. Jetzt schneiden wir noch einen weiteren Rahmen aus aus einem Tischsets und malen ihn schwarz an. Aus der DIN A3 Mappe schneiden wir zwei Rechtecke aus und kleben sie von außen auf die Mappe drauf. Jetzt schneiden wir aus Tischsets die Tastatur aus und malen sie schwarz an. Das schwarze Rechteck, was ihr zuvor gesehen habt, malen wir nun Silber an und kleben die Tasten drauf. Jetzt könnt ihr die Tasten beschriften. Für das Touchpad schneidet ihr wieder aus einem Tischsets die Teile aus und klebt sie auf. Nun klebt ihr auf die obere Hälfte der Mappe ein transparentes Tischset und klebt den schwarzen Rahmen darüber. Den letzten Schliff verleiht noch ein Ausdruck von einem Desktop, den schiebt ihr einfach hinter das transparente Tischset. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis bald, eure Steffi.